Jo Leute und damit willkommen wieder zurück zu das Sparks Challenge Und hier ist der Opa Fleisch Mit dabei ist denn das Beim letzten mal habe ich eigentlich den letzten Kopf gekriegt Weil er gecheatet hat Du hast gecheatet Ah, wäre mal schön, wenn ich cheaten könnte Ja, hört ihr? Er will cheaten Es fehlen uns nur noch 5 Enderperlen 4 Enderperlen 5 Enderperlen Damit er weiter cheaten kann Ja, du mir auch Ich weiß aber gar nicht mehr, wo das waren Die Koordinaten Hast du da aufgeschrieben, wie ich dich kenne Ja, habe ich auch Würdest du das sonst nie machen Meinst du? Ja, du schreibst jetzt immer auf Meinst du? Klar Das müsste eigentlich wieder nacht werden bei mir Nackt? Ach Was ist denn jetzt hier los, hier? Ah, ja Habe ich nur einen in der Hä, warum bin ich schon wieder gestorben? Weiß er nicht Mann Keine Ahnung Kack Röser, ey Vielleicht besser ausrüsten Mann, ey Bis kurz Und ich glaube, so wie ich rumlaufe, so kann ich eh noch nicht den Röser klingen Warum? Ja Klar, der geht voll einfach Wo die Wurfdränke und so ein Scheiß, dann geht der voll weg Ja, ja Ja, glaubt mir Du brauchst eine einfachere Tierrüstung oder eine Goldrüstung Was du gerne bevorzugen möchtest Ja Vielleicht einen Bogen und ein Schwert und dann gib mir eine Kapelle auf Wurfdränke Ja Ich wollte ja gerade nach Hause Aber da war noch so ein Trupp Wieser, die wollte ich vielleicht noch erleben Irgendwo hatte ich das doch nochmal gespeichert gehabt Was? Wie man die Tränke macht Na, schon blöd, ne? Was willst du denn wissen? Wurftränke Musst du immer nur am Ende noch Gunpowder reinpacken So Immer nur am Ende Gunpowder rein Ja Äh Aha Ja Ja Ich bin Na, schon gut Du weißt nicht, aber als am Anfang reinpacken Ja Außer du willst direkt einen Trank der Schwäche machen Aber die Masse eher weniger Trank der Schwäche Oder Trank Ja, Trank der Schwäche ist das nur Die man auch anders machen kann Hm 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 Ich gucke mal, oder? Noch einen? Ne Dann getan Und ich hatte ja nicht mehr Stimmt der Fremd, ja Wenn ich einen Stärke mache, dann kann ich daraus einen Wurftrank machen, ne? Hm Dass der Gegner Schaden kriegt Nee Ich weiß gar nicht, was beim Stärke Trank, wenn du den wirfst auf Gegner Kann ich dir nicht sagen Hm, ne? Ich glaube, die werden dann auch stärker Glaube ich nicht Doch Nee Dafür gibt es ja einen extra Schadens Tank Ja Hm Ich bin der Meinung, die Gegner kriegen aber auch Schaden dadurch Weiß ich nicht Oder können weniger Schaden austeilen Hm Hm Keine Ahnung So, das ist jetzt inventar Hier, fressi, fressi Ja, ja Es geht zurück, ich hab die Schnauze voll jetzt hier Und wie macht man sonst den Schadensteil? Warum? Hä? Ja, wie man die überhaupt macht Schaden? Äh, brauchst du Willst du über Heilung Oh Da hab ich grad nie aufgepasst Hm Über Heilung oder über Vergiftung? Ja, was halt besser ist, ne? Äh, glitzerne Melone Eine goldene Melone Ja Oder über Spinnenaugen Ja, das ist dann aber Gift, ne? Hm Aber ich bin der Meinung, Heilung ist zwar besser, ne? Ja 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 Glitzer Melone Und dann Melone hab ich ja immer noch Melone hab ich auch vorhin gepflanzt Und dann war das dieses fragmentierte Spinnenauge Das weiß ich aber nur, weil ich das auch beim bekloppten Projekt mache Und wie war das genau? Glitzer, also Netawarze, glitzerne Melone Und dann fragmentierte Spinnenaugerin Da ja klatschen Und dann kannst du aussuchen Entweder Äh, möchtest du mehr Schaden austeilen Ja, dann, ja Macht eh wie sowieso nur, äh, sechs Schaden Und dann wieder zu drei Spinnenaugen macht man mit Blaze, ne? Spinnenaugen? Ne, mit Zucker und, ähm Zucker Und Pilz Mit Zucker und braunem Pilz Mit braunem Pilz Jo Ich glaub, davon hab ich nur einen Ne, also kein Fußpilz oder so, ne? Braunem Pilz Ja, du mich auch Du mich auch Haben wir noch ganz Powder Nervig, ey Nervig, ey Ähm Und ich hab schon wieder vergessen Wie das war Junge, dann such dir's raus Ach Sag dir noch nicht mal, wie das geht Ach Nö Nö Fuck Warum hältst du mich, hä? 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 Ja, ich hab' ja auch noch mal Ja, ich hab' ja genug Zucker Okay Okay nicht ich kann den braunen pilz zaubernden aus welcher zum dachschaden aber sowas von einem dachschaden geht gar nicht mehr so dass ich dir noch ein paar flaschen können habe ich noch zwei flaschen habe ich keine mehr was war die lichtquelle wie hält darf das sein können ausgewachsen was weiß überhaupt was was gewächst ach so das muss ganz niedrig sein ich glaube fünf oder so naja darf nicht ganz hell sein und dauert ein bisschen lange war ja so ein bisschen dauert naja ja da hast du dieses gebiet mit dem pilz nicht gefunden ich habe gerade in den augen normale pilzer sieht was habe ich glaube ich kaum welche von mitgenommen doch neun stück habe ich noch okay du bist nicht schlecht stärke trank das fertig an 23 mit goldnuggets war das ne was ja das war dann was jetzt den schadens machen ja diesen heilungs ja das ist heilung kannst aber auch regeneration machen ja was ist denn besser eigentlich eine heilung kann bis zu vier herzen regeln auch den schadenstrang zu machen ach so dann muss sowieso darüber gehen ja 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 das gold klammern und schnutz kommt nichts anderes das war jetzt den magma krim drüber zwiebeln genau jetzt dann raus ja meine anlagenanlage nervt ich trankte es schaden sofortiger schaden instant damage und jetzt noch kein paar darauf das ist nur noch wasserflaschen das war da mache ich das halt jetzt wie ging ja noch mal so ein brauchstamm zu bauen drei kommen ist dann unten in der mitte hier so ein ding ach ja ich habe ja keine blaze gute mehr geht ja nicht schade naja egal hast alle in ding umgewandelt ja bist du klone und du bist ein ding back so was habe ich jetzt hier resistenz feuer und dann macht man sofortiger schaden 2 dann noch hat er darauf warte mal so ob ich denn jetzt die goldner jetzt da mich melonen das wird dann also das ist eins okay dann mache ich das noch mal mit claus dann hast du sofortiger schaden 2 draus wird sofortiger schaden 2 gibt es anscheinend nicht zumindest hat der liste nicht mehr doch ja einfach los sondern auf dem wurf tragen drauf haben also nicht doch 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 wie war das erst mal ein das geld schön vermeint zu stehen und zu sterben mann 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 so ihr kommst ein paar tränke rein nein mit dir ich glaube sie den hatte ich eigentlich noch gar nichts mehr glaube ich ne so tränke 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 äh direkte heilung 9 jetzt machen wir erst das hier ja zack 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 ja zack zack mach ich mir insgesamt neun stück von den bovschan glaube ich reicht auch eigentlich ne weißi nicht keine ahnung nachher sofort die geschahen und dann bis echt nie das draus vor diga schad 2 sowas soll da jetzt rein da kommt jetzt zwölf und dann mache ich so dann kommt ihr noch ein ganz höh darüber dann sind die tränke brauchte ich jetzt noch die flitzer mit euch ja gar nicht mehr ich hatte eine zweite lisa milone naja es ist so viel zu schwach noch einmal close und stop auf ja ja so ist gleich schon wieder zu ende ich weiß und damit würde ich sagen bis zum nächsten mal leute tschau tschau tschüss